Wann geht die Welt unter? Berechnung nach der Gott-Formel. Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Follow Me, I'm a Professor. Mein Name ist Holger von Johann Dietrich und ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik. Das hier ist der Data Science Kanal, die Datenwissenschaft. Wir bringen immer aktuelle datenbasierte Analysen und schauen dabei auch hinter die Kulissen. Thema des heutigen Videos ist der Weltuntergang. Also unter dem machen wir es hier jetzt nicht mehr. Ja, wir leben in einem Zeitalter von Krisen, von verschiedenen großen Krisen, die sich gegenseitig befeuern. Man spricht auch von einer sogenannten Polykrise. Ja, Kriege und Unruhen politischer Art erschüttern den Planeten jetzt inzwischen eben auch wieder in Europa. Wir reden schon wieder von Atomschlägen taktischer Art, vielleicht sogar strategischer Art Pandemien. Ja, Corona wird wahrscheinlich nicht die letzte Pandemie gewesen sein und natürlich die Klimakatastrophe. Die uns alle in Atem hält. Und die große Frage ist, wie lange geht das Ganze noch gut? Also wann schafft sich sozusagen die Menschheit selber ab? Und ja, die Prognose vom Weltuntergang, das hat natürlich eine große Tradition. Christliche Gruppen warnen schon seit Jahrhunderten. Man kann fast sagen, seit Jahrtausenden davor, dass also der Weltuntergang ganz kurz bevorsteht. Aber wir haben heutzutage eben auch zum Beispiel ganz aktuell die Klimakleber, die sich selber ja als letzte Generation bezeichnet. Also mit anderen Worten, wir haben maximal noch 30 Jahre Generation. Das ist ja immer ein Zeitraum von 30 Jahren. Und wir wollen uns heute mal angucken, wie man das Ganze vielleicht berechnen kann nach einem Prinzip von meinem Kollegen, dem Richard Gott, Professor Gott. Also mit anderen Worten, ich bin nicht, ich bin nicht, keine Sorge, ich bin nicht religiös geworden, sondern der Kollege heißt tatsächlich so, schreibt sich auch genau so, G-O-T-T, Gott. Und ist also Professor an der Princeton University. Dieser Kanal hat ja so ein bisschen Tradition, auch Dinge zu berechnen, die eigentlich unberechenbar sind. Wir hatten schon mal ein Video gemacht, wie alt man denn werden würde, wenn man unsterblich wäre. Und das hört sich ja auch erstmal wie ein Widerspruch an, aber ich verlinke euch das Video entsprechend unten. Und lohnt sich auf jeden Fall, das anzugucken, genauso wie es sich auch lohnt, hier ein Abo zu lassen. Weil wir immer mal wieder solche Themen auch, die, denke ich mal, ganz interessant sind, betrachten. Gut, aber jetzt gehen wir mal zum eigentlichen Thema über, nämlich der Berechnung vom Weltuntergang. Und man kann im Grunde genommen so zwei Prinzipien ansetzen. Man kann das auf der einen Seite versuchen, immer möglichst exakt zu machen und ein riesiges, kompliziertes Modell aufzustellen, wo man eben dann ganz genau versucht, die einzelnen Parameter zu bestimmen, ein riesiges Fass aufmacht und am Ende dann zu einer gewissen Scheingenauigkeit eben kommt. Das ist in diesem Falle, möchte ich mal sagen, eigentlich unmöglich. Und deswegen müssen wir den umgekehrten Weg wählen, dass wir nämlich einen Schritt zurücktreten und das Ganze so ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachten. Und das wollen wir in diesem Video hier auch tun. Ich habe wie immer dafür wieder einen Beitrag vorbereitet, den verlinke ich euch unten in der Caption. Da könnt ihr das alles nochmal nachlesen, müsst ihr aber natürlich nicht, weil wir das hier auch Stück für Stück in dem Video gemeinsam durchgehen. Ja, bei dem Artikel werden wir also gleich von diesem schönen Totenkopf empfangen. Und worauf basiert jetzt also diese Gottformel? Die basiert auf dem sogenannten kopernikanischen Prinzip. Das ist also ein philosophisches Prinzip, welches besagt, dass wir in dem Sinne im Weltraum keine besondere Stellung einnehmen, dass sich also nicht alles um uns dreht, sondern dass wir ja im Grunde genommen irgendwo in einer unbedeutenden Galaxis, auch am Rand dieser Galaxis, irgendwo im Universum unseren Platz haben. Und das wird übertragen vom Ort sozusagen, kopernikanisches Prinzip, auf die Zeit, dass wir also in der Zeit keine besondere Bedeutung einnehmen. Und ich möchte dieses Prinzip einfach mal deutlich machen anhand des Beispiels, was auch tatsächlich von dem Professor Gott seinerzeit überschlagsmäßig berechnet wurde, nämlich dem Fall der Berliner Mauer. Es ist also so, dass 1969, da war noch nicht Professor, aber der Herrgott, ja, der Herrgott in Berlin sich, also der hatte eine Konferenz da und der hat dann eine Besichtigung der Berliner Mauer gemacht. Und dann hat er einen Zettel rausgeholt und hat mal eine Überschlagsrechnung gemacht und hat gesagt, dass die Berliner Mauer sehr wahrscheinlich fallen wird in einem Intervall von, ja, knapp drei Jahren bis 24 Jahren. Und das war natürlich damals ein absoluter Hammer, so eine Berechnung anzustellen. Tatsächlich hatte er recht, ja, nämlich 1989 ist die Mauer dann tatsächlich gefallen. Und man kann sich fragen, wie hat er das denn gemacht? Und das möchte ich einfach mal skizzieren anhand dieses Bildes hier. Dort sehen wir auf der linken Seite sehen wir, wie die Berliner Mauer gebaut wurde. Auf der rechten Seite sehen wir, wie sie entsprechend abgerissen wurde. Wir haben aber keinerlei Idee, wann das jeweils passiert. Wir wissen natürlich, wann sie gebaut worden ist, aber wir wissen eben nicht, wann sie abgerissen werden wird. Zumindest wussten wir das eben 1969 noch nicht. So, und jetzt machen wir ein sogenanntes Konfidenzintervall. Wir sagen, mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit befinden wir uns hier in diesem roten Bereich. 100% wäre sozusagen eben der gesamte Bereich. Ja, aber, also mit anderen Worten, die Mauer könnte auch morgen oder sogar heute abgerissen werden. Aber insgesamt wissen wir nicht, wo wir uns genau befinden. Und jetzt sagen wir, mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit befinden wir uns eben in diesem Bereich, den man hier sieht. Mit anderen Worten, dass von der Gesamtspanne, bis sie eben abgerissen werden wird, sind 25% vergangen. Und auf der anderen Seite des Intervalls 75% vergangen. Mit anderen Worten, wenn wir uns ganz auf der linken Seite, also bei diesem 25% befinden, dann haben wir nochmal das Dreifache der Zeit. Also hier ist der eine Bereich und dann also nochmal 1, 2 und 3, bis sie abgerissen wird. Wenn wir uns dort befinden, dann haben wir nur noch ein Drittel über, ja, also von der gesamten Zeitspanne. 1969 bestand die Mauer 8 Jahre. Und mit anderen Worten, der Gott, also der Herr Gott, hat eben einfach nur gerechnet, eben ein Drittel mal 8 auf der einen Seite des Intervalls, da ist er auf die knapp 3 Jahre gekommen, oder dann entsprechend eben 3 mal die 8 Jahre, damit ist er auf die 24 Jahre gekommen. Und diese Abschätzung, so einfach sie auch ist, basierend eben auf dem kopernikanischen Prinzip, hat dazu geführt, dass man relativ genau sagen konnte, wann diese Mauer denn tatsächlich gefallen ist. Klingt so ein bisschen wie Magie, aber es gibt dort verschiedenste Untersuchungen, die also wirklich zeigen, dass dieses Prinzip in verschiedensten Bereichen wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und das Ganze wollen wir jetzt anwenden auf das Ende der Menschheit. Und dafür machen wir sozusagen einen weiteren Trick. Wir gucken uns nicht die Zeit an, seit der Homo sapiens sapiens existiert, das sind ungefähr 200.000 Jahre, sondern wir sagen, wie viele Individuen in dieser Zeit und dann bis zum Weltuntergang noch kommenden Zeit insgesamt geboren worden sind. Und diese Individuen, die nehmen wir sozusagen in einer Reihe auf, vom ersten Menschen bis zum letzten Menschen. Und dann sagen wir, wir befinden uns wahrscheinlich auch irgendwo in dieser ganzen Verteilung. So, und dann gucken wir uns einfach mal das nächste Diagramm an. Also dieses Diagramm betrachtet jetzt nicht die Zeit, sondern betrachtet eben die Anzahl der Individuen, die jemals geboren worden sind. Wir sehen hier also auf der linken Seite eben die ersten Menschen und wir sehen entsprechend auf der rechten Seite die letzten Menschen, die eben jemals existieren werden. Jetzt muss man noch dazu sagen, dass man wissen muss, wie viele Menschen sind denn überhaupt bis heute geboren worden? Wie viele Menschen haben also jemals existiert? Man schätzt das ungefähr so bei 100 Milliarden. Und das Zweite, was man auch noch wissen muss, ist, wie groß ist denn die aktuelle Geburtenrate? Das sind also ungefähr 130 Millionen Menschen pro Jahr. Und jetzt machen wir einen Konfidenzintervall wieder, auch wieder hier 50 Prozent. Das ist der rote Bereich. Diesmal machen wir das allerdings ein bisschen anders, weil sie sagen, okay, auf der linken Seite sind also, das ist sozusagen der Punkt eben, der jetzt ist. Also mit anderen Worten, das sind all die Menschen, die bisher geboren worden sind, 100 Milliarden. Und dann spiegeln wir das Ganze in die Zukunft. Und die letzten Menschen, dann würde man also sagen, von 50 bis 100 Prozent wären dann auch wieder 100 Milliarden. Das ist denn der rote Bereich, in dem wir uns befinden. Theoretisch könnte die Welt sozusagen morgen untergehen. Aber maximal, wenn man eben dieses Konfidenzintervall von 50 Prozent bildet, dann haben wir nochmal eben 100 Milliarden. Mit anderen Worten, alles zusammen werden dann 200 Milliarden. Jetzt gucken wir uns an, die aktuelle Geburtenrate. 130 Millionen pro Jahr. Und das muss man dann einfach nur noch teilen. Ja, und dann bleiben über ungefähr, das sehen wir hier bei dieser Berechnung, 760 Jahre. 760 Jahre haben wir also noch nach dieser Berechnung. Das sind ungefähr, wenn man wieder diese 30 Jahre pro Generation annimmt, 25 Generationen, was ja im Vergleich zu dem, was bisher war, natürlich sehr, sehr wenig ist. Ja, von der Zeit her hatten wir 6700 Generationen vor uns. Und nach dieser Berechnung verbleiben uns jetzt nur noch 25. Also um und bei, und das sehen wir dann hier, landen wir beim Jahr 2780. Ja, 2780 plus minus ein paar Jahre geht nach dieser Berechnung die Welt unter, nach der Gottformel. Ja, was haltet ihr davon? Glaubt ihr, dass im Jahre 2780 plus minus ein paar Jahre die Welt untergeht? Oder glaubt ihr, wir schaffen das schon schneller? Oder glaubt ihr umgekehrt, dass wir noch Hunderttausende von Jahren vor uns haben? Das Schöne bei solchen Prognosen ist ja immer, dass sowieso keiner mehr da sein wird, sie zu überprüfen. Nichtsdestotrotz finde ich es immer interessant, so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und ja, einfach mal Berechnungen, so Pi mal Daumen anzustellen, die vom Prinzip her auch auf alle möglichen anderen Dinge angewendet werden kann, die einfach generell schwer zu berechnen sind. Also wie gesagt, was haltet ihr davon? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich auch immer sehr über Themenvorschläge. Ich versuche auch grundsätzlich immer auf, ja zumindest die meisten Kommentare, besonders die konstruktiven zu antworten. Also insofern, da geht nichts verloren. Ich lese mir das auf jeden Fall alles durch und berücksichtige das denn auch für kommende Videos. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über ein Like, wenn euch das Ganze gefallen hat und wo ich mich einfach auch drüber freuen würde, ist, wenn ihr ein Abo da lasst und diesem Kanal einfach gewogen bleibt. In diesem Sinne bleibt mir nichts weiter, als mich zu verabschieden und ich freue mich dann aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.